So, weiter geht's. Immer noch Worson 2100. Wird, glaub' ich, auch noch ne... Oh, hab' ich jetzt wieder gespeichert. Äh, 163, 163... Da? Wirklich? Ohne Scheiß. Okay, äh, wird auch noch ne Weile dauern, wollt' ich sagen. Ja, doch. Glaub schon. Äh, Spieler ist Zeit knapp. Zehn... Was? Nein, Moment, das war... Hä? Ach, ein... Oh, ich kann nicht mal 16 und... 22 auseinanderhalten. Das war ja alles dasselbe. Scheiß auf die 6 Minuten. Missionstimer aktiviert. Äh, Video... Moment, Minus. Jawohl, der Hyper... Ultra... Super... 1337... Schnellfeuermodus. Der hat total viel Print, wenn ich einen Gees bauen würde. Ah, halt, ich muss das mal reproduzieren mit... Oh Gott. Mein Deutsch ist so great. So awesome. Da kommt Vernei. Ich hab' doch schon auf... Nein. Wenn jetzt... Oh, wie sich gegenseitig wegschieben und blocken? Herrlich. Oh, ich kann den mit Tab wegmachen alle gleichzeitig. Coole Sache. Äh, was wollt' ich jetzt noch mitnehmen? Was hab' ich denn überhaupt dabei? Uff. Oh ja, davon was und davon was und... Ich bin total tot, wenn du da jetzt mit rausfährst. Uff. Ob Ryan da mit euch. Rinn. Rinn in die gute Stube. Ob komm, lass mich los. Alter, oben muss ich los schicken. Schick los, das Zeug. Frisch von Amazon. Ebay, Alter. Der Verkäufer hat mich noch beschissen. Komm. Und wer zur Hölle ist rot? Und warum gibt ihr mir Radar-Daten? Ich steh' nicht. Das ist so... Ich hab' keine Ahnung. So, eins. Du bist... Du bist zu zwei. Okay. Ah, das bringt Platz mal. Och, das ist so geil, wenn die alle gleichzeitig schon ins schießen. Scheißen. 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 Ja, mal Einheiten scheißen. Noch was? Noch was? Was befördert's? Wär's schön, hä? Ne, Commander. Moment, ich schicke jetzt zehn Einheiten los. Doch, dann brauchen wir noch einen Commander. Schick los. Commander sind doch gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hab. Also man hat eine gewisse Grundordnung. Was sehr forderhaft ist. Wenn man sich die tolle Einheitenfindung sieht. Oder... Ich glaub das sowieso, dass das nur bei mir so ist. Und... Ich bin der Einzige, der damit wirklich ein Problem hat. Aller Anderen ist das... Überhaupt kein Ding. Und... Moment. Das fällt mir... Hm. Moment. Ist das jetzt der Anfang der vierten... Moment. Ich muss kurz was schauen. Hab ich da schon einen neuen Spielstand angelegt? Ja, das ist... Missionstimer aktiviert. Ah, nein. Okay. Das ist dann die... Vierte Mission. Moment. Okay. Oh Gott. Das ist in Zero jetzt total, ob ich recht hab. Okay, dann sind wir jetzt in der vierten Mission. Wollte ich nur wissen. Nicht, dass ich den falschen Spielstand wieder überschreibe oder so. Warum interessiert mich das überhaupt? Achja, vielleicht leise irgendwann mal hoch die Spielstände. Ja, du... Ich spiel selber, ihr faulen Schweine. Und schon... Viel spannender als zu... Oh, da stehen sie schon. Da stehen sie schon mit den ersten... Hm... Warum ausgerechnet mit den Türmen? Oh... Wie ich die hasse. Wie ich hasse, wenn der Feind die Lancer hat. Bei dem machen die so endlos viel Schaden. Komm, ladet mal mich schneller nach. Nein. Ich hab doch Bungerbaster... Oh Gott, der ist so tot. Oh Gott. Oh, er lebt noch. Aufgehen und reparieren. Hier macht's mal einen Platz. Oh, um reiß die scheiß Hütten weg. Ehe hässlich wie die Nacht. Bauen wir einen schönen Bauernhof hin. Ein paar Felder, so... Zwei, drei Schweine. So viel schöner. Was war das jetzt? Achso, spiel ich mir noch einen. Ich spiel mir schon wieder merkwürdige Geräusche ein. Oh, ich werd paranoid. Oh nein, das bin ich schon. Äh... Okay. Anderes Thema. Wohlklagenforschung abgeschlossen. Werde was nachforschen? Zweifel mal an hier. Wattenforschung abgeschlossen. Kettenlademechanismus. Das ist halt Feuerrad für Maschinengewehre. Toll. Weil ich so viele Maschinengewehre baue. So. Hm, okay. Bauen wir halt mal schnell eins zusammen. So richtig, richtig... Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? 300. Ne, Moment. Doch, das ist voll geschnitten, oder? Ja. Vollerade, Geschwindigkeit, wie auch immer. Hö, hö, hö. Wieso, wir könnten mal Raketen... Die Lancer und können die Lancer nicht so schnell schießen. Das wäre doch mal cool. Lancer so schon MG-artig. Das wäre cool. Aber dann gibt's sowas nicht so. Raketen-Gedling oder... Und was sehe ich denn da drüben? Hm, fällt mir jetzt auf, dass Huberkraft-Technologie nicht schlecht wäre, oder wie heißt die? Ja, das hat mal so komische Boote bauen kann. Oh mein Gott. Hey, Moment. Oh Gott, da hinten stehen noch mehr Lancer. Ohhhh. Nein! Nein! Ah! Hallo? Oh Gott, ich fahre jetzt wieder direkt zurück an den... Auf! Fick dich doch, Fick dich! So, jetzt kommt alle wieder her. Kommt da weg! Sie fahren wirklich wieder dahin. Kann man sich umsetzen? Patrouillieren... Rückkehr, also Kommandozentrale... Geil, kann man nicht. Ganz toll. Das heißt, ich muss sie auf den Wert setzen, sonst fahren die da ganz... Nein! Was? Sie haben Luft-Einheiten? Oh, Fick dich! Fick dich, ihr Wichser! Hätte ich das gewusst, habe ich wegen Allerie mitgenommen. Komm! Oh, geil! Ist der auch noch eins? Komm, eins! Meldet! Ja, komm, weiß der mal hier, äh... Komm mal dazu! Geil, ich brauche Luftabwehr! Geil! Richtig, richtig geil! Äh... Luftabwehr, Luftabwehr, Luftabwehr... Nein! Nehm ich, nehm ich, nehm ich... Ich brauche mehr Reparaturfahrzeuge... Nehm ich auch noch einen mit... Pfff... Ich sehe schon mal, Einheiten sind richtig gut aufgebaut. Äh, ich, ich, ich... Was wollte ich noch? Reparatur anhalten, ne? Ah ja, die hätte ich ja gelöscht, weil ich gedacht habe, ich brauche sie nicht mehr! Nein! Ich muss nie wieder was reparieren, ne? Ich habe jetzt nur noch... Stationäre... Äh, halt, da bin ich... Was macht das Ding eigentlich für so viel Schaden? 140? Obwohl, ne, besser nicht. Pistaufen sich mal Leute nur... Äh, von wegen Flammenwerfer! Ja, genau! Was? Hä? Wie? Was? Wie? Ich hab den zweimal? Äh, doch nicht gelöscht! Äh, hä? Egal! Wir bauen einfach mal zwei noch! So! Wo ist... Wo ist jetzt zwei wieder? Oh, pfff! Komm! Komm... Komm! Ich will nicht mehr, dass du Commander bist! So, jetzt! Nein! Bis du nicht zum Commander gehörst, oder irgendwie... Ach! Schweiß ich! Ich weiß nicht, was ich mein! Mach einfach, was ich sage, und denk, und mein, und... ich befehle euch kommt was auch immer das war natürlich nicht weg wenn ich angreifung richtig richtig geil und die haben schon wieder arten genau was ich mir gewünscht und die schießen alle wieder auf diesen verfinkten kleinen Berg eigentlich in der Tat oder eine richtige Wahlkommander ja Parkauf das ist richtig geil und schießt noch mal drauf brav wie kann ich die reparieren ich kann nur zuweisen aber ich kann ja nicht reparieren was ne euer Ernst ihr hasst mich warum hast du mich so sehr ich muss eine Reparaturplattform bauen m m war geil ja ihr mich auch ihr mich wie kann ich den reparieren überhaupt nicht was soll der Scheiß bleib halt mal stehen ich kann ihn nicht reparieren das ist doch zum kotzen ich kann ihn nicht reparieren das ist doch zum kotzen woher lancer was ist das Maschinengewehr Flammenwerfer gut Flammenwerfer sind harmlos Maschinengewehr sind alle zu schlimm aber die lancer hm sag mal ihr steht ja immer noch da oben ihr macht das doch mit Absicht komm könnt ihr mir das ja erzählen jetzt fahrt da endlich weg oh die machen das doch mit Absicht aber sowas von das ist kein Versehen das ist Absicht gibts zu schlimm 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 so alle zugewiesen gut ich brauch noch mehr ich brauch noch viel mehr 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 okay jetzt haben wir Luftabwehr da jetzt braucht man auch Reparatur oh zwei LKWs ist besser als einer und noch Panzer was haben wir noch so im Angebot oh ne vier klein aber fein und zwei machte bei den Anstalten loszufahren und den Commander zu reparieren nein warum denn auch soll das dumme Arschloch endlich sterben wir mögen ihn sowieso nicht sowieso nicht oh kill den HAL dir seit 20.000 das ist einer oh noch mehrmals sehr geil Lancer Maschinengewehr und ja genau ich kann nicht warum kann man den nicht befehlen den Commander oh er ist ja auch schon wieder HALB TOR geil ich habe ich habe es das Spiel hasst mich ja es hasst mich eindeutig wo ist denn jetzt zwei die fahren aber auch nicht weg nein wir bleiben da stehen wo wir jetzt stehen du Arschloch wir lassen sich da nicht vorbei nein was ist das Arschloch sterben mit seinem Panzer und ich kann nichts erforschen ah wie geil ich habe eine richtige Waffe was weiß ich was Atomraketengedling keine Ahnung irgendwas mit dem man einfach alles platt machen kann ich muss da ah nein und da da passt mindestens noch eine hin mindestens noch eine ich habe es nicht mehr kommt ein Spannend